Die Geschenke am Ende, die mag ich nicht. Ich mag auch... Hey, du magst keine Geschenke, was? Ja, doch, aber die Geschenke sind scheiße. Achso, war da nur Obst drin? Ja. Nicht mal Schokolade. Hey Leute und Willkommen zu einer Weisung voll Jump Lick mit dem Eger. Hi. Hi. Hier, heute sind wir am Schwiegeln. Und hier, okay. Nein, der war schlecht. Nur ich bin am Schwiegeln, du kannst das nicht. Ja. Du hast mich beleidigt. So. Modul 1 geht eigentlich, wo muss ich hin, wo muss ich hin? Ich muss einfach rauf springen, ich Idiot. Sonst wäre ich besser als du, ne? Warum bist du besser als ich? Ich bin schon bei Modul 2. Hexer. Ich bin aber auch bei Modul 2, was sagst du jetzt? Ich bin bei Modul 3, was sagst du jetzt? Hex. Hex. Nee, ich hab keinen Hex. So. Ach, scheiße, bitte nicht runterfuhlen. Bitte nicht runterfuhlen. Irgendwie sind die Module alle leicht heute. So, okay. Jetzt bin ich bei Modul 3. Ich rauf schon so hart durch. Ich nicht. Ja, 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 weil du nicht rauf schon kannst, Alter. Oh, leider. Hab ich überhaupt schon Fail? Ich glaub, alle, ja. Was? Das war so schlecht. Modul 5. Egal, du bist einfach der Erste. Bitte finish noch nicht zu schnell, ja. Äh, als ob ich dich dann finishen würde. Hier ist nämlich die Schwertjump. Ich hasse dieses Modul. Mann, ich hasse Modul 3 gerade, obwohl das voll easy ist. I hate it. Nächstes Modul, Modul 6. Ich rauf ja auch. Hä, aber wie kann es denn sein, dass ich erst bei 34% bin? Ja, vielleicht wird es gleich ein langes Modul kommen, Schmiedler. Ein sehr langes Modul. Ja. Weißt du, ich hätte nicht gedacht, dass ich noch so gut bin. Hey, du bist zwar 43%, du Genius. Fast die Hälfte. Das ist ein relativ langes Modul gerade. Aber ich bin schon bei Modul 6, weißt du? Das ist ja... Was? Okay, nein. Nein. Er hat mich eingeholt. Alter, nee, das nehme ich nicht hin. Ach, was? Doch, nehme ich. Ich nehme es auch hin, ja. Nein, du hast kein Skill. Jetzt weint er. Was? Das kann doch nicht sein. So, Modul 5. Scheiße, du holst mich ein. Hä? Lol. Dieser Jump ist ja mega unnötig. Ja, gell, der ist kacke. Hab ich nicht geschafft. Der ist kacke. Hab ich nicht geschafft. Mob mich nicht, danke. Ey, was ist denn das für ein Drecksmodul? Ich hasse das jetzt schon. Warten wir alle? Rush ich jetzt durch, außer dieses eine? Machst du Ansagen-Video wie Tanzverbot? Ja, die kann ich mal ansagen. Ansage. Was fällt dir eigentlich ein, Modul? Was fällt dir eigentlich ein? Was bildest du dir eigentlich ein? Wir werden YouTube Deutschland... Als ob du Tanzverbot schaust. Wir werden YouTube Deutschland revolutionieren. Ja, als ob man das gesagt hätte. Ja. WTF? Ja, als ob du Tanzverbot nicht schaust. Nein. Also, wenn du den nicht schaust, dann weißt du eigentlich, dass es ein Spaß ist. Doch, ich kenne den, der ist ein Spaß. Ja, ist der ja auch. Oh Gott, allein schon der Name. Tanzverbot. Wie kommt man denn auf sowas? Hat der in der Schule Tanzverbot oder was? Ja. Nein, der hat den wirklich nicht gebracht. Doch hast du leider Schmiegler. Du musst dich schämen. So, okay, nächster Checkpoint. Modul 6. Nice one. Modul. Bei welchem Modul bist du denn? Modul 6. Bin meinem letzten verkackt. Aha, ich bin auch da. Ich weiß nicht, du bist doch gar nicht so gut wie ich. Was ist denn da für ein Abfall gesprungen? Die Geschenke am Ende, die mag ich nicht. Ich mag auch. Hey, du magst keine Geschenke, was? Ja, doch. Aber die Geschenke sind scheiße. Ach so, war da nur Obst drin? Ja, nicht mal Schokolade. Endlich geschafft. So. Komm. Rehn dir. Rudolfs Red Nuss Rehn dir. Oh Mann. Du hast jetzt nicht gebracht. Nee, weißt du. So richtiger Spast. Was hast du denn gedacht? Ja, 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 weißt du. Das Hotel. Okay, ich bin bei den Geschenken. Okay, die Geschenke mag ich auch nicht. Die sind näslich. Yeah. Die Möcke. Und da ist nur Obst drin. Ja, nur dreckiges Obst. Unverrottetes Zombiefleisch. Ihr dürft niemals Obst und Zombiefleisch essen. Yeah. Niemals Zombiefleisch essen. Das geb ich euch auf euren Weg mit. Esst kein Zombiefleisch. Dafür kriegt man noch mehr Hunger. Das ist so unlogisch, warum man von Zombiefleisch mehr Hunger kriegt. Ja, gell. Das ist doch ganz normales Fleisch. Ja, man sollte davon eher so einen Vergiftungseffekt oder so halten. Ja, weil... Weil das halt so die Magenschmerzen dann sozusagen repräsentiert dann. Deswegen Vergiftung halt. Das wäre logischer eigentlich. Ja, als Hunger. Ja. Es gibt nichts auf der Welt, was mehr Hunger macht. Oder so in... Weiß jetzt. Was ist alles? Ach, ich hab die ganze Zeit den Jump verkackt. Ich bin immer in die andere Richtung gesprungen. Deswegen ging der Jump-Jump. Liegt daran, dass du Scheiße bist. Was ist? Hab ich dir gerade gesagt. Was hast du gerade zugekommen? Ich mach jetzt keinen auf Freezel. Loll, ist der Jump möglich? Loll, ich hab Modul 6 geschafft. Ich bin bei Modul 7 und schaff das gerade. Mann, du Hexer. Ich dachte, ich wäre weiter zu tun. Ich bin auch bei Modul 7. Ich bin bei Modul 8. Als ob. Modul 8 ist, glaube ich, ein relativ leichtes. Ich kenne das. Von heute Morgen, Alter. Ich muss da hin. Okay, woher denn jetzt? Ist auch zwei Dreier-Jumps und ein Up-Fuck-Jump. Beziehungsweise nur ein Dreier-Jump, oder? Oh, ich bin schon bei der Truhe. Oh, ne Eisen. Hexer. Ist überhaupt nichts erlaubt? Ja. Hab ich extra drauf geachtet, dir. Oh, ich hätte erst drauf geachtet, weil du dich gegen mich verlieren willst. Nein. Ich muss ja sogar so gegen dich kämpfen. Am Ende halt erst. Ja, immerhin. Okay, Modul 8. GG. Ich hab gerade einen Fehler bei Modul 8 gemacht, Alter. Übrigens hat von dem Stand jetzt, also am Montag hat Hotpoke immer noch, also wer das Video jetzt nicht gesehen hat, wie weit, um wrestlingpizza.de, das war schon, da hat Hotpoke von diesem Stand immer noch kein Video hochgeladen. Er meint, er wäre irgendwie zu faul dafür, ein Video hochzuladen. Meiner Meinung nach hat er keine Sachen, sich zu sagen. Keine Argumente, meinst du? Weil alles erstens stimmt ja Argumente. Stimmt ja auch alles, was wir gesagt haben. Ja. Hier sind keine Lübner. Ach, Koi ist online, der Spasten. Das sind alles Spasten, die Wested Pizza verlassen haben. Stimmt ja vor, der sieht das so im Feet hier. Ja, hei Koi, ich bin bei Modul 9. Hei Koi, ich bin bei Modul 9, alles. Ja, das sag ich immer zu Menschen, die die Videos schauen, weißt du? Leute, bin bei Modul 9. Mann. Nein, nein, ich sag dann halt immer so, hey bei Koi, ich bin bei Modul 9, weißt du? Okay. Alter, was? Ich hab keine Eisenfrucht, wenn wir bei Modul 9 haben. Ich hab generell scheiß Equipment dafür, dass ich bei Modul 8 bin. Ich auch dafür, dass ich bei Modul 9 bin. Guck mal, ich hab Hälfte Ketten und den Rest Leder. Guck mal hier. Ei. Ei. Rettet ihn. Reden doch. Geh weg. Der regt mich. Ich bin tot. Was? Ich hab zwar den einen bekommen, aber dann hat der mich leider, tötet der einen. Oh, nee. Ich hab zwei Herzen. Oh, nee. Oh, scheiße, ich werde verfolgt. Ah, Gott. So, okay. Oh, mein Gott. 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 Ja, ich bin tot. Ich glaube, wir müssen uns treffen kurz, sonst schafft ich das nicht. Ich bin gerade weg, also. Es leckt halt gerade so extrem in der Deathmatch Arena. Wo bist du? Wo bist du? Ähm, weiß nicht. Ich bin bei so einer Garage. Wow. Nein, ich bin... Dankeschön für den Unterstützung. Diesen Tunnel bei dem Zug. Das ist doch... Was für eine Map? Eine Black Ops? Ja, das ist eine Black Ops. Keine Ahnung. Ich kenn den nicht so krass. Black Ops. Ähm. Ich kenn nur zwei, drei Black Ops. So einen Tunnel verstecke ich mich gerade. Oh, ich seh dich immer noch nicht. Bei so einem Zug, bei so einem Tunnel. Dankeschön. Ah Gott, hier ist jemand. Oh, der war One-Hit. Aber der andere kommt jetzt auch noch. Wo bist du denn? Tod. Okay. Wo bist du denn? Wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt? Ähm. Sag mir doch eher mal, wo du bist, ja? Weil ich kenn die Map so ein bisschen. Ich bin... Nirgendwo, weil mich jetzt gleich eher der Killweed dann Diaschwert hat. Und dann hab ich kein Leben mehr. Dann hab ich kein Leben mehr. Den ankriege ich jetzt. Warte, renn um dein Leben. Mikla, ich bin hinter dir. Dann dreh dich um. Okay, warte. Nein, ich schau noch kurz hin. Du weißt schon, dass ich dann sterben werde. Und du auch. Renn. Ich renne. Die gehen beide auf mich. Ich hab den einen. Ich hab den einen. Looter sie schnell ist. Was ist da drin? Nein. Steinschwert. Ich hab den Steinschwert schnell gelooten. Renn, renn, renn. Hast du ihn? Renn, nein. Okay, ich hab den Steinschwert. Mehr hab ich nicht bekommen. Okay, bist du da? Ja, bleib still, bleib still. Lass erst mal kurz rennen. Ja, hier sneaken, sneaken. Komm her und sneaken. Der sieht uns. Wir hatten uns schon mal nur mit einem Herz gewonnen. Weißt du noch? Scheiße. Da ist er. Scheiße, renn. Nein, warte. Okay, doch. Warte, ich bin wieder full. Ich nicht. Ach, der hat nicht viel. Der hat nur 2,5. Okay, nice. Okay, Achtung. Warte, ich muss rennen. Ja. Brauchst du Esen? Ich hab mir nicht genug. Ne, ne, ich hab noch. Okay. Ein paar Epfel, weiß ich nicht. Also die Höchsten haben ja auch nur noch 2. Sie peilen dennoch 3, das heißt, man kann es noch reißen, wenn wir jetzt wirklich zusammenbleiben. Wir müssen auch zusammenbleiben. Hast du einen Stick und zwei Eisen oder so? Ich hab ne Werkbank. Warte, rechts fängt man die ganze Zeit auf die Werkbank, da wo ich den platziere. Kannst du da reinschauen dann? Nein. Gerade wäre lustig. Warum hast du ne Werkbank und ich nicht? Ich hab' klar, weil ich die jetzt gefunden hab. Achtung, da hinten sind die paar. Wir müssen jetzt ein bisschen abstauben, ja? Wir haben dich grads beste equipped. Hey, au! Okay, komm, lass mal hier hoch. Warte, boost mich hoch. Boost mich hoch mit der Angel. Boost mich auch mal hoch. Warte, probier's, springen. Weiter. Ja! Wenn, da kann man auch per Trippe hoch, ja, ne? Wir machen's auf die coole Weise. Kann man hier hoch? Ah, nee, das sind Berriers. Aber wie hoch sind die? Die sind nur 3 Blöcke hoch. Ja, komm erstmal weiter, komm erstmal hier hin. Das lohnt sich nicht. Lass einfach jetzt. Komm, wir können, wir können ihn noch. Ach, warte, ich muss den Enten essen. Warte, da hinten, da hinten sind Leute. Okay, fuck, der hat ein Diaschwert, der hat ein Diaschwert. Renn, renn, renn. Oh mein Gott. Ja, ich hab noch 6 Herzen. Achtung. Okay. Warte, ich hab auch noch 8. Der hat nur 7,5. Oh, fuck, fuck, ich hab dich geschlagen. Wir müssen beide auf ihn. Oh, man. Oh, fuck. Renn, 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 renn. Ich bin der Diaschwert. Nein. Nein, ich bin tot. Okay, ich renne mit Diaschwert. Ich guck dir noch zu, die Runde ist so spannend, Leute, deswegen werde ich mich wahrscheinlich nehmen. Ich renne gerade mit Diaschwert davon. Oh mein Gott. Ich guck ihm zu, Leute. Und ich werde euch wissen, dass hier ein Diaschwert passiert. Okay, es wird vielleicht hier ein Diaschwert. Spannendes. Wer ist das? Oh, der hat nichts Gutes. Komm, wir werden ihn kriegen. Wir werden ihn kriegen. Ja, der hat nur noch 3 Herbst. Der Wahnsinns PvP-Meister. Alter, wie er wegrennt. Du weißt ja, ich renne die ganze Zeit weg, dann... Wer ist das? Hat der Full Iron? Äh, ja, der ist ein Team. Ja gut, Leute, ich würde sagen, sie werden sie da werden, was Spannendes passiert. Den einen habe ich. GG. Oh Gott, ich muss irgendwie wegrennen. Ich muss irgendwie entkommen. Warte, der hat nur Full Iron, da ist kein Teampartner dabei, ne? Oh, ich habe 1 gewonnen. Er hat auch ein Diaschwert. Ja, rip, 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 rip. Wie ist das denn der Schwerter? GG an dieser Stelle. Scheißrunde. Nein, die Runde ist eigentlich ganz okay gewesen dafür, dass... Es war auf jeden Fall spannend. Und spannende Runden sind doch immer auch ganz nett. Ich würde sagen... Ich würde sagen, hoffe ich hat dir das Video gefallen. Lasst doch mal ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Upp, upp. 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 Upp.